Wenn im Urlaub die Sonne lacht, sieht man automatisch besser und erholt aus. Das will man natürlich allen Daheimgebliebenen auch zeigen. Wenn kein Mitreisender als Fotograf bereitsteht, gilt es möglichst geschickt Selfies zu machen. Denn jeder soll sehen, wie gut hier das Essen schmeckt. Die optimale Perspektive liefert der kombinierte Selfie-Stick mit Löffelende. Gefährlich wird einem die Sonnenbrille mit Spiegelgläsern. Sie entlarvt nicht nur das Selfie, sondern auch unerwünschte Gäste im Bild, durch die so eine Urlaubserinnerung auch mal gefotobombt wird. Umgekehrt kann man natürlich auch Freunde mit ins Bild holen. Die sollte man aber vorher um Erlaubnis gefragt haben. Also auf schöne und möglichst stressfreie Urlaubserinnerungen.